Viele Komposthaufen sind stickstoffmäßig unterversorgt. Da kann sich jeder helfen, indem eine stickstoffhaltige Nährlösung durch einen Kanal, der direkt in das Zentrum des Komposthaufen führt, zu entlasten. Hier reinschütten. Eine Portion ist meistens zu wenig, daher schüttet der Kenner direkt noch mehr hinein. Wer sich absolut auskennt, hat noch einen zweiten Kanal. Den kann man dann auch beliefern. So.